Jo Leute und willkommen zur Auflösung von dem Gewinnspiel von meinen Items of Moxcraft. Ich habe ja vor fünf Tagen hochgeladen, dass ich meine Items of Moxcraft verlose, weil ich finde, der Server ist zu voll mit Hackern, die unsichtbar rumlaufen und nicht gebannt werden. Und zum Beispiel auch die Heals, die geben nur 1,5 färzen, das ist einfach nur Scheiße. Die Base, die da drin gezeigt wurde, wurde geradet, also da sind nur noch Müll drin, ich habe einfach nur das Video eben schnell aufgenommen. Und ja, halt die Wüste noch dabei, könnt ihr noch Glas farben, also zum Sand farben, damit ihr Glasflaschen kriegt, Tränke und so weiter. Meine Schutz 4 sind zurück, ist da alles verlost. Und ja, ich werde jetzt mein komplettes, also meinen kompletten Sachen jetzt verlosen. Dazu kopiere ich mir diesen Code. Gehe dann auf die Seite suadeo.ch Code geben wir hier ein. Banataya, CurryheroLP Und eigentlich, KuiperTV musste auch raus, weil er hat 4 oder 5 Kommentare über seinen Namen, also hat er eine höhere Chance gehabt zu gewinnen. Falls er jetzt gewinnen würde, würde ich neue verlosen, weil das unfair gegenüber den anderen wäre, weil er halt mehr Kommentare geschrieben hat. Und dann, ja. So. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Wer gewinnt? Wer gewinnt? Wer gewinnt? MC Freakplayers Plays Okay. Herzlichen Glückwunsch an dich! Du hast meine kompletten Items auf Moxcraft gewonnen. Ähm, du kannst dich per Moxcraft, oder ne, ok, Moxcraft zocke ich nicht. Du kannst mich auf Skype adden. Ich schicke dir eine private Nachricht mit meinem Skype-Namen, dann kannst du mich auf Skype adden und dann kann ich dir die Items geben, dann, wann du Zeit hast. Ja. Dann, ja. Aufnehmen tue ich letzter Zeit auf dem Server hier. Falls ihr Daumen mal drauf kommen wollt, CraftedEU.de packe ich in die Beschreibung den Server. Finde ich eigentlich ganz nice. Äh, ich hab da jetzt die Türbar drauf. Und ja. Dann, tschau! Wir lesen video noch.